Zwei Grossmutter. Eins, zwei. Grüezi, willkommen im Schnuggenbock. Da geht alles ein wenig gemütlicher zu und her. Wird so Grossmutter's Zeiten. Gell, Grossmutter? Da musst du selber auftischen. Mit Plastikgeld kannst du auch nichts zahlen. Gibt auch kein exotisches Zeug zum Essen. Dafür hast du Ruhe. Und du kannst auch etwas mit Weile spielen. Bin ich dran? Drei. Eins, zwei, drei. Können Sie willkommen. Ob Sie in Gruppen kommen oder auch L.A. Wir freuen uns. Da im Schnuggenbock. Bist du dran Grossmutter? Eines. Bravo. Grossmutter, du hast schon wieder gewonnen. Gibt es ja gar nichts. Du hast ein Krotohr im Sack. Jetzt machen wir gleich den Rivasstuhl. Das war mein Name. Das wäre dann gut. Vielen Dank.